Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir jetzt sozusagen in zweiter Aufgabe, dass es so kam, starten können. Nach langer Pause haben wir uns sehr viel Mühe gelegen, der kam mit dem Käschen, dieses Event wieder auf die Beine zu stellen. Und natürlich gilt der Dank in erster Linie den vielen eiligsten Helfer, die also tagkräftig die letzten Wochen, Monate und vor allem seit gestern Abend angekauft haben und vor allem unsere Partner und Kontoren, die vor allem hier über den ganzen Tag und vorgenannt werden, sozusagen nochmal den Mittelpunkt zurückkehren. Aber im ersten Sinne geht es jetzt erstmal um den Wettkampf. Der Wettkampf wird in verschiedenen Eintrachtsklassen ausgetragen. Wir starten mit der männlichen Jugend, wenn ich das richtig verstanden habe. Die ersten Sportler haben sich schon bereit gemacht, haben sich warm gemacht. Und ich wünsche spannende Wettkennungen, ich wünsche fähre Wettkennungen. Ich wünsche euch viel Spaß und ich bin der Moderator des heutigen Tages und werde es ein bisschen durch die Rennen führen. Also als erstes haben wir dann den ersten Lauf der männlichen Jugend und da haben wir ein reines Leipziger Duell. Auf der Bahn 1 ist dann am Start der David Neto-Dopa von der DRK Leipzig. Auf der Bahn 2 dann der Jonas Neumann vom LVW Leipzig. Und dann auf der Bahn 3 der Arthur Steuern-Nagel wieder von der DRK Leipzig. Also die Sportler können sich jetzt schon mal auf den Internet nur langsam einbinden und dann ist auch in wenigen Minuten der erste Start. Ja, genau. So, bitte mal Platz nehmen. Ja, du kannst dann, wenn du was in Ruhe ist, was du ja Sportler eingekommen hast. Wir haben jetzt T-Shirts da, ne? Schmerz-T-Shirts kommen, dann können wir mal so schlussiv abholen. Wir haben dann live gefertigt. Ja. Nach Größe. Also kurz ein Sport-Signal, da ist ein bisschen anders als der Gala. Das Kommando-Lade startt innerhalb der nächsten 10 Sekunden. Und dann können wir 2, 4, 6 Sekunden und dann kommen 10 Sekunden und dann geht es jetzt. Okay, verstanden. Noch mal ein Hinweis, nicht riesige Frequenz am Anfang fahren. Es kann sein, ob es sonst das Seile von mir geht, vom Missbild, dann sagt er raus. Also ich teile dich da ein, aber wir sind da. Auf etwas ruhiger anfangen. Und bis zum nächsten Mal, alles gut. 20? Ja. Wo ist es okay? Wo ist es okay? Wird es so schön? Super. Stopp. Stopp. Man hat der nächsten 10 Sekunden. Los. Ja, und dann. Kassi. Ja, und dann sind wir auf dem Weg. Wir haben auch der Band 1. Und auch, da haben wir ein kurzes Verdeckung schon gesehen. Ja, auf der Band 1. Und haben wir die Damen in der Reiseführung gegenüber dem Atom ist. Was mit dem Jonas auf der Band 2 ist, ich glaube, das ist ein gleichgefühltes Problemen. Aber jetzt hat der Arthur an seiner Entfernung übernommen auf der Band 3. Und ja, ich hoffe, der Jonas wird auch noch hoch gewertet. Und ja, die Landersehren hat sich vor, da ist auch der Hälfte zu brennen. Und der kann man es auf jeden Fall anzumerken. Ja, das ist mit dem Zeil, doch. Und die letzten 100 Meter sind angeworfen mit dem Atom. Die Panne werden langsam schwer. Und damit ist jetzt ungefähr in wenigen Metern der Arthur das Ziel. Mit den anderen beiden müssen wir nochmal gucken, was das mit der Technik ein bisschen ist. Und ja. Stopp. Habt ihr trotzdem gezeigt oder was? Ich bitte die Sportart für das zweite Rennen, mich dann auch schon langsam hier am Startbereich einzufinden. In 5 Minuten geht es weiter. Für das zweite Rennen geht es wirklich den Anholz um den Künstler vom Reiter der Künstler. Oh, 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 oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die 200 Meter Wagen ist erreicht, 2. Leichtensicherung ist der Richard und 150 Meter sind hier noch zu fahren. Die Schläge werden leichter und schwerer, aber ein ziemliches Auto ist weiter. So, die letzten 50 Redner haben wir letzte Kräfte mobilisieren. Richard weiterhängt, ganz schöne Führung und wenige Meter laufen hier. Aber Christopher kämpft für eine gute Zeit, denn wir haben ja in diesem Bereich auch Zeitläufe. Wittert jetzt in vielen Christopher jetzt auch und damit haben wir dieses Wort das auch gemacht. Weiter geht es dann mit der weiblichen Jugend in Sachen Startzeit 12.30 Uhr. Zehn Minuten Zeit. 38. 38. Musik 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 Und wieder Ella. Das ist ein Live-Sleep Day, oder? Also bei mir geht der Live-Sleep. Jetzt geht's. Das ist ein Live-Sleep Day, oder? Das ist ein Live-Sleep Day, oder? Das ist ein Live-Sleep Day, oder? Das war's für heute. Next round is Sexy Milieu. Oh, okay. Vielen Dank. Das war's für heute. Vielen Dank. 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 ... 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 Drei Minuten bis zum Start hier. Drei Minuten bis zum Start hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die KZ-Fraktion ist jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Und es gewonnen hat bei der weiblichen Jugend für das Blau von der Dresdenstaaten die Nähereinwacht. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Dann haben wir einen Koch, für den ersten KZ-Wesen, ein nettes Paket zusammengestellt von der Dresdner Senz, also wirklich Atta-Kino 30. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Die KZ-Wesen sind jetzt auf 1-2 in den Rennen, die Zoe Gusser ebenfalls starten für den KZ-Wesen. Wir müssen die beiden Siegerehrungsvertreter noch mal nach vorne bitten für ein Foto mit dem Sieger-reminazierten. Also Stecki und Maite können wir gerne gleich noch mal dazustellen, wenn das nicht wieder perfekt ausgerichtet ist. Noch mal einen Applaus für die Saison der vierten und wir sind auch gleich weiter mit dem nächsten Finaleuf. Nee, Entschuldigung, mit dem Zeitläufen der Damen-Leistungsklasse und den Damen-Büro. Gott, g bikesining auf der ch unos Naseyシルク und die KZ-Wesen. happy bootleferverververververververververververververververververicion Vielen Dank. 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 Bye. 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Sorry. Finja Kriksch aus Gresen. Online 2, Bianca Kriksch, from Hungary. Online 3, Anna Luz, also from Hungary. Online 4, Sehing Show, from Singapore. Online 4, Sehing Show, from Singapore. Online 4, Sehing Show, from Singapore. Online 4, Bianca Kriksch aus Ungarnika. 2, 200 Meter, die ist ja in Halifax, in Kanada, Weltmeister geworden. Zusammen mit der anderen 4er-Zweier-Partnerin, die hier auch am Start ist. Also wirklich international, doch besetzt, das Feld bei den Damen, extra angereist. Von daher denke ich mal, es wird ein sehr, sehr spannendes Ding, bei allen Dingen zwischen den beiden durchsetzen. Die Dämpft-Greis-Partnerin, die hier auch am Strand, die hier auch am Start вниз. Die Dämpft-Greis-Partnerin, die hier auch am Standort. Wobei, wobei, wobei! 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 So, in 10 Minuten ist er da, da würde ich das Publikum bitten, kommt noch mal zusammen, kippt noch mal alle zu den letzten beiden Rennen, das sind zwei ganz spannende Dinge und dann können wir den Abend optimal abschließen hier mit zwei Spitzenflaschen rennen, deswegen schön antworten auch noch mal während der Rennen. So, in 10 Minuten ist er da, da würde ich das, da würde ich das, da würde ich das, da würde ich das. So, in 10 Minuten ist er, da würde ich das, da würde ich das, da würde ich das. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und auch nochmal auf der Wand hier Geri Nöbel, hier ist die Laune, ein auch vierter Platz bei der WM, die ist ja geworden. Also wirklich ein Tipp für die Gesetzgebung. Und dann hat es ja alles auf Lokal, alle dabei. Extra aus Singapur, also vom anderen Ende der Welt. Alle da. Und jetzt auch rein. So. So. Und da ist das ganze Finanzpolitik gestartet, auf der Wand 1, auf der Wand 2, in der Presse, auf der Wand 3, der Politiker, auf der Wand 4, der Berge, auf der Wand 4, der Berge, auf der Wand 5, der Berge, auf der Wand 5, der Berge, auf der Wand 5, der Berge. Der Sofias aus der Wand fröhnt, wie sie folgt von Jonas und den Baum. Und das wird auch dabei ein, wie der Hälfte wohl betroffen war, der in Stürmer und von Jonas und von Tom. Wo er an den Fügel wieder hält, ist auch gegen den Weg. Wir haben uns noch wiederes vor die Erwachsenen ausgetauschen. Die Erwachsenen sind in der Bundesrepublik, damit die Erwachsenen nicht so gut sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weiter geht es jetzt gleich um 17 Uhr in zwei Minuten mit der Sägerer und der Darmleistungsklasse. Also bitte alle Sportler der Darmleistungsklasse, also Finja, Quitsch, Janka, Chris und Anna Lutz, bitte sich bereiten. Anna, Bianca, Marta, ich bin bereit. Please be ready for the Meta-Sägerer und auch die Finger. Auch hier gibt es wieder Sachpreise zu gewinnen. Ich bin bereit. 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 Und hier als zweiterer Sponsor mit meiner Säger Mitarbeiter dabei ist Sven Hammer, als Vertreter von Sanitär Hammer und zuf Schülerweise auch Papa des heutigen Sägers. Also, ich denke mal, es ist richtig ganz gut, dass er jetzt die Siegerehrung mit durchführt. Ja, dann rufe ich auf zur Siegerehrung. Wir haben Leistungsklasse in meinem Indokan-Spitcup 2022 in Dresden. Aufwandlei als der Campionasträger von KC Dresden. Wir haben die Champions, wir haben die Champions, wir haben die Champions, wir haben die Champions. Herzlichen Glückwunsch und Aufwand zwei, unser Lokal-Motor-Mitorganisator. Ich glaube, über das letzte Mal vom Lipschirm muss ich einen seiner Trainingspartner leider geschlagen nehmen. Aber ich denke mal, das ist eine ganz starke Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind die Champions, wir sind die Champions, wir sind die Champions. Und in diesem hochbesetzten Finale hat gewonnen, der Sobias Hammer vom Blau von der Dresden ganz starke Leidigung. Ich denke, diese Finale übergeht der Papa gern. Und auch hier nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an den Siegernplatz. Wir hatten auch die, die nicht auf die Schwerse geschafft haben. Das war ein Glück, das ist heute die Frage. Vielen Dank auch nochmal an alle Hälberinnen und Helfer. Ich bin ein Glück, das ist heute die Frage. Ich bin ein Glück. Ich bin ein Glück. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020